Heute findet das 2080 Format statt. Hier kommen Investoren, hier kommen erfolgreiche Gründer, hier kommen Corporate Leaders, hier kommen aber auch Experten zusammen, die sich darüber unterhalten, wie wir und was wir eigentlich tun können in heutigen Zeiten, die so herausfordernd sind, um wirklich in den Jobs, die wir jeden Tag haben, in den Verantwortungen, die wir jeden Tag haben, die richtigen Dinge zu tun. Und das funktioniert damit, indem wir uns austauschen über die besten Erfahrungen, die wir gemacht haben, über Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, aus verschiedensten Perspektiven heraus. Und 2080 ist das Wording umgedreht 80-20. Es geht darum, nicht die Perfektion zu erreichen, sondern es geht darum, dass wir heute Action setzen müssen. Die Neugierde als Asset Allocator zu verstehen, auch wo dieses Ecosystem in Wien steht. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieses Ecosystem da ist, lebendig ist und sich weiterentwickelt. Also ich finde das großartig als Event, einfach deswegen, weil aus meiner Sicht genau so etwas gefällt hat hier in Wien. Ein Platz, ein Event, wo sich auf einer relativ zwanglosen Ebene verschiedene Bereiche dieser Welt der Innovation, der Firmengründungen, aber auch der etablierten Corporates treffen können und miteinander ins Gespräch kommen können. Ich fand es sehr schön, wie die Leute zueinander gefunden haben. Ich habe mich an keinem Moment irgendwie alleine gefühlt, dass ich mich immer als Teil einer Gruppe verstanden habe. Und ja, das war einfach total spannend, auch von der Führungskraft von Felix und Steritz & Company her. Ja, man fühlt sich gleich wie zu Hause. Und ich habe schon daran gemerkt, dass ich vor der Türe einen meiner Mitgründer getroffen habe, mit dem ich den ganzen Tag nicht geredet habe im Büro. Und wir haben uns dann hier am Abend vor der Tür getroffen. Also ich glaube, das Netzwerk ist gut.